Christoph und Kerstin, vielen, vielen Dank an euch. Dann fehlen jetzt noch die Schiedsrichter der heutigen Partie. Das Spiel wird geweihtet von der Schiedsrichterin Christine Weigel. Das Spiel wird geweihtet von der Schiedsrichterin Christine Weigel. Das Spiel wird geöffnet werden. Vielen Dank. In der zweiten Spielnote das Tor für Deutschland. Und getroffen hat unsere Spielerinnen mit. Und dann geht's mit dem Spiel. Mit der Seite. 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 Applaus 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 Sie sind so wichtig. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020